Hiho und willkommen zurück meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Drackensang. Das Auge der Göttin. Ja, die Holztür können wir nicht öffnen, jedenfalls nicht auf die Art und Weise. Deswegen müssen wir uns jetzt wohl oder übel auf diese Faxplatten hier stellen. Also da ist ein Fuchsymbol drauf, also muss es was mit Fax zu tun haben. Wir sind ja immer noch in dem tollen Gangsystem unterwegs. Okay. Wer ist tot? Auch nicht schlimm. Aber die Tür hat sich geöffnet, das haben wir zum Glück gehört. Eine Holzwand. Und noch eine Wand. Hier hätte jetzt niemand versteckt. Mach mal wieder eine verschlossene Truhe. Wieder ist das Fallen entschärfen bis Lungen. Darf jetzt das Schlüssel eröffnen? Gelungen. Amulett des Fax. Taschendiebstahl schleichen. Schlösser knacken. Fallen entschärfen. Plus 4. Ja. Kann Gledis gerade gut gebrauchen. Äh, wir wurden gerade teleportiert. Ja, wir wurden gerade teleportiert. Das hier gefällt mir nicht so wirklich. Alles ein bisschen fexisch. Ah, Guano und Frenia. Hm. Wo führt die andere Treppe hin? Mal gucken. Weil da ist der Aufgang. Da unten sind die beiden. Nehmen noch eine Truhe. Gut. Wir können aber auch hier noch abbiegen und gucken, was hier drin ist, bevor wir mit den beiden reden. Hier drin ist nichts. Auch gut. Dann auf zu Guano. Und Frenia. Und dann hoffentlich raus hier. Oh. Euch hätte ich jetzt nicht erwartet. Wie es aussieht, habt ihr den geheimen Zugang zu unseren Örtlichkeiten gefunden. Und alle Hindernisse auf dem Weg hierher überwunden. Ihr meint die ganzen Fallen und Rätsel? Die waren kein Problem. Sonst würde ich wohl nicht vor euch stehen, oder? Aber sagt jetzt alles in Hornquano. Aber natürlich. Wieso fragt ihr? Als ich euer Kellerbewerb betrat, fand ich einige merkwürdige Felsen vor, bei denen es sich wohl um verstandene Mitglieder eurer Gilde handelt. Es hat ja eine Anschein, dass jemand unbefugt bei euch eingedrungen ist. Ja, ich verstehe. Aber ich kann euch beruhigen. Es ist alles in bester Ordnung. Bei den Versteinerungen handelt es sich um ein Missverständnis. In der Zwischenzeit haben Frenia und ich alles geklärt. Sie wird den Zauber aufheben, sobald wir wieder oben sind. Okay. Ihr seid Frenia, die Marderschwester? Ja, die bin ich. Sollte ich euch kennen? Wie unhöflich. Nein, ich denke nicht. Mit euch wollte ich nämlich auch sprechen. Tatsächlich? Worüber denn? Und woher kennt ihr mich überhaupt? Dorian von Kusliga weht euren Namen. Es könnte sein, dass eure Nachforschung in Fairlock mit einem nächtlichen Eindringen von ein paar schwarzen Amazonen in den Hesinde-Tempel zu tun haben. Schwarze Amazonen in Fairlock? Das ist ja unglaublich. Wie konnte das passieren? Die Stadt war untersucht bereits, wie sie in die Stadt gelangen konnten. Wir hatten schon mal schwarze Amazonen in Fairlock. Also kommt, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Die Stadtwache ist unfähig. Oder die verkleiden sich als Nonnen und schleichen sich rein. Jedenfalls kam ich noch rechtzeitig, um sie aufzuhalten. Wisst ihr auch, was die schwarzen Amazonen im Hesinde-Tempel gewollt haben? Sie waren auf der Suche nach einem Dokument, das vor dem Adamanten handelt, der das Auge der Göttin genannt wird. Aber, dass ich... Das ist wirklich interessant. Man könnte fast meinen, dass Fext seine Hand im Spiel hat. Ihr seid überrascht. Dieses Dokument habt ihr ebenfalls gesucht, dass ihr im Tempel wart. Nicht wahr? Darüber darf ich nicht sprechen. Mein Orden hat mich zu strengstem Stillschweigen verpflichtet. Äh, überreden, jetzt kommt schon. Ich bin sicher, dass ich euch bei eurer Suche helfen kann. Ihr solltet die Hilfe annehmen, Frenia. Schließlich kommt das Angebot vom Streiter der Drachenqueste. Und nicht von irgendeinem namenlosen Helden. Ihr könnt ihm also vertrauen. Also gut. Vielleicht könnte ich tatsächlich eure Hilfe gebrauchen. Wollt mich, dass ihr einsichtig seid. Dann erzähl mir, worum es genau geht. Es ist so, wie ihr vermutet. Das Auge der Göttin ist tatsächlich ein Madamant. Und ich bin auf der Suche danach. Ich hatte gehofft, im Hesinde-Tempel Aufzeichnungen zu finden, die mich zum Aufbewahrungsort des Steins führen. Wenn ihr selbst schon im Tempel gewesen seid, wisst ihr ja, welches Chaos und Durcheinander dort herrscht. Dort etwas zu finden, ist nahezu unmöglich. Da mein Orden mich zu strengster Verschwiegenheit verpflichtet hat, konnte ich auch die geweihten Dorion von Kuslik oder Ardard Weißenfelser nicht um Hilfe bitten. Meine weiteren Wege führten mich dann noch in den Prajos und den Perine-Tempel. Aber auch dort wurde ich nicht fündig. Erst im Stadtarchiv fand ich einen Hinweis auf den Madamanten. Dieser führte mich zur Diebesgilde in Vormannsheim. Genau so ist es. Da Frenja nicht wusste, wie sie hier aufgenommen wurde, sprach sie einen Versteinerungszauber auf Debero und Alrik. Da sie ohne mich nicht weitergekommen wäre, hat sie mich verschont. Hm, wie praktisch. Aber was habt ihr hier jetzt gesucht und habt ihr es gefunden? In der Notiz aus dem Stadtarchiv wurde erwähnt, dass sich im geheimen Fextempel ein Dokument befinden soll, das dem Kundigen verrät, wo das Auge der Göttin versteckt ist. Und ja, wir haben es tatsächlich gefunden. Was gar nicht so einfach war, möchte ich noch anmerken. Mir ist noch nicht ganz klar, wieso ihr Frenja so bereit wie ich geholfen hat. Oder hat sie euch gezwungen? Nein, nein, natürlich nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Wie ihr vielleicht wisst, hat Prajosfex zum nächtlichen Wächter über Marder bestimmt. Einige von uns sind fest davon überzeugt, dass der Listige ein Handel mit Marder eingegangen ist und ihr nachts die Pesseln lockert. Eine Schwester der Marder zu helfen war also naheliegend. Das erklärt nun wirklich alles. Hat das Dokument euch das Versteck des Madame Atten verraten? Nicht direkt. Aber ich glaube, dass ich nun den Ort kenne, der zum Versteck führt. Es war natürlich alles sehr kryptisch formuliert, wie ich es auch nicht anders erwartet hatte. Allerdings scheint es schwierig zu sein, den Ort zu betreten, da wohl ein bestimmter Schlüssel dafür benötigt wird. Wo dieser zu finden ist, verrät das Dokument leider nicht. Ich glaube, da kann ich weiter, Elvin. Was sagt ihr da? Das ist wirklich eine Überraschung. So erzählt schon. Bei der Schlüssel handelt es sich vermutlich um eine Statuette. Diese wird benötigt, um das Tor zum Verstecknis bei der Mandanten zu öffnen. Leider ist die Statuette in sieben Teile zerbrochen. Also müssen erst die Teile gefunden und wieder zusammengesetzt werden. Ein Ding der Unmöglichkeit, wenn ihr mich fragt. Die Teile können ja über ganz Aventurien verstreut sein. Ja, ganz so unmöglich, wie es klingt, ist es nicht. Ich habe bereits einige Teile in der Statuette finden können. Und ein weiteres Teil soll sich hier in diesem geheimen Gangsystem befinden. Das wird ja immer unglaublicher. Und hier soll sich auch ein Teil befinden? Wie kommt ihr denn auf diesen Gedanken? Erzmagier Rakorium hat mir diesen Hinweis gegeben. Was hat er denn mit dieser Sache zu tun? Er scheint, als ob er auch auf der Suche nach dem Auge der Göttin ist. Also der Erzmagier, die schwarzen Amazonen und ihr Frenja. Da solltet ihr froh und dankbar sein, Hilfe zu bekommen. Ja, unter diesen Umständen kann ich das vielleicht wirklich sein. Wir werden wohl auch auf Rakoriumshilfe angewiesen sein. Nur er ist in der Lage, die Statuette wieder zusammenzusetzen. Ich denke, was den Erzmagier angeht, so werde ich eine Einigung mit ihm erzielen können. Gut möglich, aber zurück zum fehlenden Teil. Wisst ihr, wo es sich befinden könnte, Quano? Um ehrlich zu sein, nein. Wenn es wirklich hier sein sollte, was ich nicht glaube, kann es überall sein. Im Laufe der Zeit hat sich hier so einiges angesammelt. Wenn es ein Teil einer Statuette ist, müsste es doch leicht als solches erkennbar sein. Was stellt die Statuette eigentlich dar? Laut Rakoriums Untersuchung ist die Statuette exischen Ursprungs und den Teil nach zu urteilen, die ich bisher gefunden habe, handelt es sich vermutlich um einen Echsenmenschen. Da fällt mir ein... Ja? Ja. Da war doch dieses merkwürdige Ding in der Truhe, in der wir auch das Dokument gefunden haben. Könnte es sich dabei um eines der Statuettenteile handeln? Hm, ich weiß nicht. Möglich wäre es. Sehen wir doch einfach mal nach. Wartet, Quano, lasst mich das besser erledigen. Was ist denn los? Habt ihr Angst, dass ich euch das Teil nicht gebe? Nein, es ist nur so, dass jedes Mal, wenn ich eins der Teile gefunden habe, etwas passiert ist. Wahrscheinlich wird das auch jetzt wieder der Fall sein. Ah ja, verstehe. Meine aktive Zeit als Abenteurer liegt schon einige Zeit zurück. Da lasse ich euch gerne den Vortritt. Die Truhe steht hier links von mir. Gut, wartet hier so lange. Ja. Geschlossen wurde jetzt... Das ist wahrscheinlich... Das Tempeldokument. Suche Frenja auf. Ich habe Frenja im geheimen Fextempel bei Quano gefunden. Auch sie ist auf der Suche nach dem Auge der Göttin. Um den Matamanten zu finden, werden wir allerdings die von Erzmagier... Erzmagier Rakorium brauchen. Mhm. Es hat sich alles aufgeklärt. Ich habe Quano und Frenja gefunden. Sie hat die beiden Diebe versteinert, da sie in der Diebesgebäude ein bestimmtes Dokument gesucht hat... ...und nicht wusste, ob man ihr helfen würde. Mhm. Ja. Such den Tempel erneut auf. Das kann nochmal spaßig werden. Okay, die Truhe ist diesmal offen. Was passiert denn hier Schönes? Wahrscheinlich dieses Mal einfach nichts. Oh, es taucht nur ein Mantra-Key auf. Wer hat eigentlich jetzt ein Level abgekriegt? Klang jedenfalls so danach, als ob ihr immer da ein Level abgekriegt habt. Ah. Vielleicht ist es unvorgrim. Mhm. Mysteriöser Fund. Ich habe alle Teile der Statuette gefunden. Ich habe den fehlenden Schwanz gefunden. Ja. Suche Rakorium auf. Ich habe jetzt alle sieben Teile der Statuette gefunden. Ich sollte jetzt zur Erzmagier Rakorium ins Stadtarchiv gehen und ihn bitten, die Statuette zusammenzusetzen. Ja. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen... Was einwerfen hier. So. Dann kann ich nämlich meine Zauber neu aktivieren. Äh, nicht meine Zauber, meine Skills. Ich bin ja kein Magier. Was war das denn? Damit habe ich ja nun wirklich nicht gerechnet. Dafür, dass du so, dass du der Diebesgildenleiter bist und damit so gesehen der oberste Fex-Priester überrascht dich ziemlich viel, Quano. Ich habe euch doch gesagt, dass immer irgendwas passiert, wenn ich einen Teil der Statuette an mich nehme. Also handelte es sich bei dem merkwürdigen Ding, das ich in der Truhe gesehen habe, tatsächlich um ein Statuettenteil? Ich habe die